Die Passwortabfrage ist jetzt mal voll was für nix. Ey, da müssen wir das vollautomatische Skript erstellen, was die instant alle Passworte eingibt. So, ok, ja, wir haben hier Mini-Dex-Alumster, oh, es geht doch runter, also, noch weiter runter. Lava. Warte, ich hab immer noch kein, ich hab, scheiße, Alter. Hätte ich doch bloß mein, 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 mein Wasser, äh, mein Wassereimer runter mitgebracht. Oh mein Gott, ich komme nie wieder raus, ich komme nie wieder raus. Ein Glück habe ich Erde dabei. Aber irgendwas sagt er, dass hier auch kein Eisen ist. Ne, hier ist hier auch kein Eisen. Ach man, Alter, ernsthaft jetzt? Alles umsonst, der gesamte Abstieg war umsonst. Und dennoch müssen wir jetzt hier hochkrabbeln. Ist das traurig. Ah, es ist traurig. Ok, komm hier. Wir machen mal ein bisschen Classic-Hoppsprünge hier, da wird die Deutschlehrerin feucht. Ups. Ah, hier nichts verschwenden. Immer schön. Genau so, wie es gebraucht wird. Quasi. Äh. Fuck. You. I hate you. Oh Gott, Alter. Ich... 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 Aber wir werden weich landen. Aber wir werden weich landen. Degg, Alter. Ich bin ja ein Jump-Genie. Quasi. praktisch ohne jump ich fühle mich so lebendig mein gott werde ich doch im echt leben noch so beweglich so ok ab zurück ab nach hause dana da mal anerbanen und an der männer lana auch wenn Okay, hier haben wir gleich wieder ein paar Pülze. Oh, was ist denn das hier bitte? Ist das hier original, oder? Das sehen wir fast zu künstlich aus, um original zu sein. Ja, nee. Hat jemand hingebaut. Oder? Nee, oder er hat sich einfach nur ran gebaut. Och, jetzt komm, Alter, ist doch nicht mal normal hier. Wie kann man denn so scheiße sein wie ich? Da, jetzt langsam, damit nicht die Orial nicht die Einteilung ist. Okay, sieht tatsächlich aus, als wenn das Original wäre. Also, als wenn das Teil von MapGen wäre. Digga, boah, so viele Pülze. Die Frage ist, nehmen wir alle mit, wäre das sinnvoll oder eher sinnfrei? Also, wenn ich sie mit der Spitzhacke schnell abgebaut bekomme, dann würde ich sie auch tatsächlich mitnehmen. Achso, geht doch so schnell. Boah, Digga! Boah! Stellt euch das mal mit der Diamantenspitzhacke vor. So. Loll! Sie gefällt mir. Das nenne ich mal geil. Kommen wir den Gegner mal zu den Großenpilz. Hier ist das mit dem Abernten einfacher. Oh, ähm. Scheiße. Easy. Was? Oh, nööööööööö. Wir haben keinen H drought. Wir haben keinen H Twe desperd. Ääääh. Dann bin ich ein Bullshit. Okay. Also, doch. Mal klopfen. Cho Wobei geht es auch relativ schnell. da muss man wirklich so lange wie holz so haben wir ungefähr gleich statt ja dafür noch zehn gut hier ist noch ein bisschen liegt ja noch ein bisschen was so rum ok also pils haben jetzt echt viele weil wir hatten ja glaube ich schon jeweils ein steck bei uns zu hause in der hütte was wir brauchen ist eisen verfickte scheiße auch wenn wir kein eisen meine güle wir sind auch keine dann sind wir gerade gar nichts keine monster kann keine monster dann schon kein gar nichts aber auch ein nettes häuschen hier also ein nettes unterschritt schlüpfen aber wir gehen jetzt noch nach hause das ist nicht so praktisch das tat weh das ist okay so ich entnehme mir mal ganz kurz die spie taste das ist ein bisschen zu schnell da geben wir mal ein bisschen v8 power das war voll witzig was geht wobei selbst für 100 stock normalerweise nicht so extrem die vielleicht daran dass ich mittelgrund konvertiere oder ach nee wo ich aufnehme ist schon wieder ja klar da war ja was ich spiele ja nicht so original game sondern so original game plus aufnahme der server ist ja mal wieder heftig an der lagen aber eigentlich wieder so ist der server selbst eigentlich voll geschillt und so aber ich sehe gar nichts ja doch ihr könnt ihr tatsächlich ein da 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 okay ach du scheiße die kauf keine hausse ich kann mir gar keine facke machen ich will sterben als ich will so hart sterben kommt ich genau mal hoch gucken ob um bäume sind ja da sind bäume ich komme jetzt holz alter kassel war kacken gehen kannst aber jetzt geht aber Ich war hier verfickter Scheiße! Easy, 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 easy... Oh Gott, jetzt müssen wir den ganzen Bomben auf... Ach, hier ist ein Fördererbom! Okay, nice, okay, fällt mir. Da brauchen wir nicht so lange. Oh, der Baum ist zu Ende, schon bereits, schon gewesen. So, jetzt können wir hier nochmal eine Stufe hoch gehen, können wir das Ding auch noch abbauen und dann haben wir natürlich einen Baum abgebaut, lol, es ging ja schneller als gedacht, auch ohne Axt, ja, Baum despaunt, alles schick, alles nice, alles gut, ok, jetzt haben wir das hier, damit bauen wir zuallererst hier von 4 Stück, um uns eine Werkbank zu bauen, easy, jetzt weiß ich auch warum ich eine in der Kiste bei mir hatte und zwar die Immobile, so, jetzt nehmen wir uns das alles mit hier, alles, komplett alles, da ist aber ein Holz übrig, hä, wieso eigentlich, hat das keinen Sinn, hä, hallo, Gott, was ist denn mit dem Server los, der egal, der egal, so, hallo, der stockert aber hart vor sich hin hier, komm hoch, komm her, komm her, komm jetzt, alter, kriegst du echt so viel jetzt, wo wir in der Nähe, ach ja, da liegt direkt daneben, ok, dann kannst du doch, dann kann es natürlich auch nicht die spawnen, ich dachte, ich habe gesehen, wie viele Dinge die spawnen, da war wohl eher doch ein schlechter Traum, so, jetzt können wir uns nämlich wieder schöne Fackeln machen, da, und da, und da, und wir werden verfolgt, wo ist die Dame, da um, aha, hier, ach du Schei, nein, 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 boah, Digger, eigentlich bin ich gerade in den Berg, äh, in den Steine geglitscht, alter, was zur Hölle, jup, ja, da geht es so tief runter, da werde ich definitiv gestorben, holy fuck, wir sind gefickt, wir sind gefickt, oh, wir sind gefickt, gefickt, weg, oh god, ach man, ach scheiße, ach leck mich, gut, dann gehen wir erstmal die andere Seite runter, mal gucken, vielleicht gibt es einen Übergang, zwischen diesen beiden doch sehr wahrscheinlich größeren Höhlen, ha, Eisen, mein Huch, klang gerade echt witzig, ich weiß gar nicht, warum, so, jawoll, Eisen, noch mehr Eisen, nein, das darf nicht wegfließen, oh, ihr seid letztendlich begegnet sich doch mal hier, alter, was ist denn hier los, ist sicherlich zu mir geportet oder was, soll man, die, soll man mein Eisen rüberlassen, alles gehört mir, meins, ha, ha, left of the game, the game, du, ist mein Eisen, kriegst die eh nicht, komm mal her, du Stück Scheiße, jetzt rechst du nach mir, der einzige Vorteil am Wasser ist, wir kommen definitiv wieder raus, weil wir praktisch nur das Wasser hochschwimmen müssen, aber ansonsten ist halt das Wasser hier auch eher so, äh, halt, das wäre, ach, ich weiß gar nicht, ehrlich, das kommt so an dem Eisen, äh, an das Eisen nicht mehr an, ach, jetzt rechst du am Arsch hier, schwarz, oh mein Gott, 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 dega, endlich mal wieder in der Höhle, wo es Eisen gibt, so, genau so kenne ich das, dega, das ist ja hier ein Trauerspiel, ich sag, ich hab's alles hier in der Arbeit aus, ok, gut, Talerschen kriegen wir auch, wirst du, wir müssen mal zum Markt gehen, äh, uns endlich mal wieder was kaufen, wobei, die Taler wollten wir uns ja aufsparen für DIA-Rüstung, das wird doch ein bisschen dauern, weil DIA-Rüstung kostet, glaube, ne ganze Menge, wie viel jetzt genau, weiß ich nicht, aber ne Menge. Seht ihr, das ist ne Höhle, so muss ne Höhle aussehen, meine Güter. Und jetzt kommt's ne, Höhle ist aus Lava gefallen und hat sich überlebt, schade. Ich würde auch lachen, wenn jetzt irgendwo ein Monster kommt unter uns, äh, uns überrascht. Beste wäre ein Creeper. Ich mein, die Spawn-Rate ist zwar extrem niedrig, deswegen kam bisher noch kein Monster, fuck you. Aber, dass die Monster selten kommen, heißt ja nicht, dass das Monster nicht ausgerechnet dann kommt, äh, wenn wir es am wenigsten brauchen, quasi. Oh, Alter, oh, wie ich das vermisst habe. Eisen auf Eisen, oh, das hört nicht auf. Oh Gott, jetzt bin ich geil. So, okay, ähm, wir haben mittlerweile 46 Eisen, Digga, das ist heftig. Das ist richtig geil, wenn man bedenkt, wir hatten davor grad mal insgesamt so 14 Eisen oder sowas. Und jetzt haben wir einfach mal fast das, äh, dreifache, alleine hier diese Eintour, genau so muss das laufen. Äh, war das das gut? Ich war, ich denk mal, eher nicht so. Ich stopp mir hier das Loch. Nö, mit dem Flicken. Eisen. So. Ja, doch. Pützi gibt's auch. Also, wenn wir mitgenommen hätten, eins von diesen komischen Schälchen, dann wäre uns auch die Nahrung definitiv ausgegangen, wobei die Nahrung sinkt uns hier sowieso extrem wenig. Wir haben grad nur zwei Kölchen verloren. Was ist los? Warum? Oha. Eine Wegegablung. Oh, das geht nach oben hier. Oha. 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 hoffentlich kommen die skelette jetzt nicht aber das ist das was ich meinte die mods kommt momentan, wenn man die am wenigsten braucht, dann suchst du hier nach eisen und dann fehlt es der eisen und genau der kommt aber monster, die sind jetzt nicht gespawnt also jetzt nicht natürlich gespawnt sondern das ist ja ein dungeon von daher bin ich selber in dem sinn ist schuld wenn ich dazu nah rangehe aber wir haben fast eine weite ja wir haben wir müssen definitiv was essen wir haben nichts zu essen mitgenommen scheiße kommt gott ganz schnell hier äh holz oh mein gott das klingt bitte klingt so wie wenn ich gucke so die zombies begegne ich den skeletten begegne ich lieber nur aufgesagt gegessener weise die 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 spawnen einfach zu schnell die spawnen viel zu schnell halte chance das wird nichts ja komm herzlichen fütter schnall auf mann ich wollte den den dungeon erstürmen ey aber das wird ja wohl scheinmal nichts so Was ist denn da? ich muss doch unbedingt eine hake schlagen so dumm kann doch echt nur ich sein ja ich hab's geschafft was geht eigentlich haben die mich erst ignoriert jetzt habe ich vielleicht auch noch die kisten zu öffnen holy moly alter wenn wir es noch zurückschaffen dann bin ich gefickt nerventechnisch jetzt nerventechnisch jetzt gesehen auf jeden fall ist klar die dinger plündern wir noch und dann geht in der nächsten folge abstrait direkt in unsere hütte naja kommt kommt da ich bin das gerade richtig in dumm style alter hauptsache keine pump kam aber ne aber ne aber ha ha bis zu leben junge du bist ja genauso schlecht wie ein impf also gegen dir greift jede bibi 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 beauty palace nein jede bibi strategie der fall der fall mitschweige trillkisten wollten wir das verarschen doch okay ja das kann rein das kann rein das kann rein das kann rein ja 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 boah die melon das ist nice ja und gefallen ist tatsächlich sehr und das hier könnten wir wirklich auch gebrauchen wenn wir denn ein pferd haben und um ein pferd zu bekommen können wir nämlich genau diesen namen text hier verwenden was lässt sich das für hier dafür wissen so okay wie sie und jetzt ab nach hause ich habe genug gesehen außer wir finden noch mal eisen aber sonst nehmen wir hier nichts damit ja ne ist mir alles nichts kommt mir nach hause wir gehen straight nach hause wir haben definitiv genug wir haben ein stack eisen bekommen ja ja ein ganzes fucking stack eisen aber gut viel viel noch ich muss so viel eisen finden so voll bin ich nicht zufrieden ach so kann ich nicht mehr mitnehmen ha scheiße ach so siehst du ja doch erstmal hier offen bevor wir hier in einer ein theatralischen zustand verfallen sie was du kommst mal weg dafür nämlich nicht mit andererseits können wir auch unsere spitzhacke wegwerfen brauchen wir auch nicht mehr wir können aber auch die bei ihr zweifel sonnieren die schippe kann auch weg die brauchen wir definitiv nicht mehr haben wir einen bogen bekommen wir haben nur pfeile bekommen na gut das hier kann eigentlich auch weg andererseits kommt das können wir am ehesten gebrauchen von dem ganzen scheiß okay dann haben wir soweit alles ab nach hause die kerzen lasse ich alle fackeln hier wollte ich gerade sagen aber wir haben noch drei stück alter wir haben alter wie viele fackeln wir aufgestellt gut am besten ja ja nächste folge ich mache jetzt erstmal aufnahme weg und in der nächsten folge wollen wir den ersten fackeln ab und begeben sich auf mich nach hause dem sinne schau mit v